Die ersten Spoiler zum neuesten Detektiv Conan Kapitel 1126 und dazu noch einige Theorien, was könnte passieren. Das wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Ranmori wünscht euch ganz viel Spaß beim neuesten Video von Kaito Akai. Kommen wir mal Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Podcast hier auf diesem Kanal. Es ist endlich soweit, es gibt die ersten Spoiler zum bald erscheinenden Detektiv Conan Kapitel 1126 Anfang Juni. Also wir haben jetzt noch knapp über einen Monat Zeit und dort haben wir einige interessante Punkte, die uns natürlich wie immer Anreize geben, um zu spekulieren, was dort passieren könnte. Und das ist sehr, sehr interessant, denn anhand von dem, was wir gegeben haben, wird es auch noch ein eigenständiges Video geben, was auch nochmal die Theorie eines mysteriösen alten Mannes, ähm, ja, ich sag mal, festlegen könnte. Fangen wir erstmal an mit dem, was hier uns in den Spoilern gegeben wurde. Im Endeffekt haben wir in den Spoilern folgende Aussage, wie immer natürlich über die Animal Crossing Hints, ja. Detektiv Conan kommuniziert ja oft über das Spiel, so hat er gesagt, dass er das Cover der schonen Sunday gezeichnet hat. Und auf diesem sehen wir Conan plus drei Highschool Mädchen plus ein Junge und ein Mädchen vor dem Café Poirot. Das sollte also offensichtlich sein, Café Poirot, junge Mädchen, natürlich wahrscheinlich zu 99,9% Amuro, äh, alias Zero und natürlich auch noch Asusa. Und die drei Highschool Mädchen sollte, denke ich mal, auch klar sein mit Sonoko, Ran und natürlich auch Masumi. Das heißt, wir haben hier einen Fall, der uns Möglichkeiten gibt mit dem, was auch letztens passiert ist. Denn wenn wir uns zurückerinnern, was ist denn im letzten aktuellen Fall passiert? Ja, wir hatten so einen Polizistenfall, lange Rede, kurzer Sinn, der war vielleicht so ein bisschen off-topic. Wir konzentrieren uns aber auf das Wichtigste, was im Kapitel 1025 passiert ist. Und zwar haben wir zum Schluss Amuro gesehen, ja, der ja quasi so ein bisschen abgehört hat. Er hat ja quasi so eine Art Wanze versteckt in dem Kamen-Jaiba-Spielzeug, was Mitsuhiko die ganze Zeit mitgeführt hatte. Und Conan hat das dann Ganze, ähm, so ein bisschen entdeckt. Und dann haben wir zum Schluss nur noch Amuro gesehen. Er weiß natürlich nicht, also Conan, von wem die Wanze ist. Aber Amuro hatte ja den Auftrag, Informationen über Shinichi zusammen, beziehungsweise nicht über Shinichi, sondern über Conan Edogawa. Was ja auch komisch ist, weil es gibt ja immer noch nicht viele Leute, die wissen, dass es sich bei Shinichi und Conan handelt. Gerade so von der eventuellen Gegenseite. Und dass Conan Edogawa erstmal so in dieses Visier gerät, ist eigentlich schon fast eine Primäre, das ausschließlich nach ihm mehr oder weniger gefahndet wird. Wo ist das Ganze dann auch nochmal zur Sprache gekommen? Wann hat jetzt also Amuro den Auftrag, Conan Edogawa zu verwanzen, abzuhören, wie man es auch immer bezeichnen möchte? Das Ganze ist nämlich im Kapitel 1115 passiert. Wir erinnern uns zurück, der ganze Fall mit der Zugfahrt mit Heiji, Kazuha, mit Mumiji, aber natürlich auch mit Muga. Da haben wir so ein bisschen was über seine Vergangenheit erfahren. Und zum Schluss fahren so zwei Züge aneinander vorbei. Und dann sehen wir quasi, wie auch Amuro die ganze Zeit telefoniert hat mit einer Person, mit einem älteren Mann, der ja auch so quasi einer der älteren Männer ist, die so in den letzten Detective Conan Kapiteln gehighlighted wurden, unter anderem vielleicht Anoukata sein zu können. Und dieser hat ihm gesagt, yo, Amuro, such mir Informationen über Conan Edogawa raus, ob Savi-in-mäßig sammle alles, was du kriegen kannst. Das ist komisch, weil jetzt müssen wir uns natürlich fragen, hä, warum ist der alte Mann an Conan Edogawa interessiert? Wir wissen auch, dass er schon mal aufgetreten ist mit dem Fall, wo Conan quasi Kaito Kid geschlagen hat und dann auch Zeitschriften darüber berichtet haben und dieser alte Mann uns in Form eines krassen Bademantels oder Umhangs, wie auch immer, präsentiert wurde, wo er in seinem schönen Stuhl saß und mit seinem Stock quasi sein Handy zertrümmert hat, ja, weil er da Conan gesehen hat. Das heißt, er mag Conan irgendwie ganz und gar nicht oder er ist ein Bewunderer von Kaito Kid und eben dieser hat Amuro den Auftrag gegeben, Conan zu, ähm, ja, observieren, ihn zu beschatten beziehungsweise einfach Informationen über ihn zu bekommen. Die Frage ist, warum hat Amuro Angst vor dem alten Mann, ja, und warum kennen die sich überhaupt? Das sind natürlich so elementare Fragen, die wir uns stellen müssen, weil danach hat Kuro da, der ja quasi Amuro überstellt ist in der Sicherheitspolizei, gefragt, so, ey, was los? So, Amuro war nämlich so ein bisschen ängstlich so und er wollte Kuro da nicht davon informieren, dass er quasi von diesem alten Mann angerufen wurde. Das heißt also, eine weitere Frage ist hier, warum hat Amuro dieses Telefonat mit dem alten Mann verschwiegen? In welcher Konstellation stehen die zueinander? Und, äh, ist ja quasi auf einer anderen Seite dieser ältere Mann als Kuro da oder warum vertraut Amuro Kuro da nicht? Leider schon bei diesem Gespräch haben wir so unfassbar viele Fragen. Das ist jetzt nämlich auch ganz, ganz wichtig, warum ich das gesagt habe, weil das hier quasi so zusammenhängt mit dem letzten Fall rund um Kapitel 1025, dass quasi hier Conan observiert wurde, ja, beschadet wurde, belauscht wurde und wir haben jetzt ja wahrscheinlich wieder einen Amuro-Fall. Das heißt, es könnte wieder nahtlos weitergehen mit Detektiv Conan. Das heißt, dass wir vielleicht auch etwas mehr über eben halt diesen alten Mann herausfinden, ja, das heißt, das ist ein wesentlicher Bestandteil und da können wir auch nochmal ganz kurz darüber sprechen, was ist denn hier möglich, ja, wer ist denn dieser alte Mann, wer könnte dieser alte Mann sein, das habe ich auch schon in einem meiner älteren Podcasts angesprochen und zwar könnte er hier einfach quasi der ehemalige Premierminister sein, der ja quasi, ähm, ich sag mal, sehr, sehr nah liegt und quasi der Großvater von Momiji ist, ja. Ja, wir wissen, Momiji ist eine Frau, die aus sehr, sehr edlem Hause kommt, sie ist wohlhabend, man weiß aber nicht so wirklich, jetzt durch die letzten Kapitel wissen wir ungefähr, in welche Richtung das geht, warum sie halt so wohlhabend war und diese Verbindung zu Muga mit dem Butler, Bodyguard und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein naheliegender Grund und wir könnten hier quasi auch einfach mehr darüber erfahren, ja, zwischen Amuro, dem alten Mann, ist der alte Mann der Großvater von Momiji, dementsprechend der ehemalige Premierminister, äh, was sind da für Verbindungen zu verfolgen? Das ist auf jeden Fall einer der möglichen Punkte, die angesprochen werden könnten, natürlich dann mit der weiteren, äh, Verfolgung, dass Amuro Conan beschattet, weil es irgendwie lustig ist, weil damals musste, äh, Amuro schon für rum, ja, er ist ja auch Börben der Spiel- und der Organisation, Informationen über Shinichi sammeln, ja, also er musste nicht nur die Fortione über Shinichi sammeln, sondern jetzt auch noch über Conan in Nogawa und ist ja damals dann ins Haus eingebrochen, wo dann das legendäre Kapitel, beziehungsweise der legendäre Fall rund um die Tea Party, ähm, aufgekommen ist, ja, wo er schon erwartet wurde von Yukiko, Yusako und so weiter und so fort und natürlich auch von Shuichi Akai. So weit, so gut, das ist ein möglicher Story-Plot, der sich hier, ähm, ich sag mal, ähm, eingliedern lässt, weil immer noch, Detective Conan, wir haben in jedem Fall aktuell gerade Plot-Entwicklung und ich glaube auch nicht, dass Gosho hier den Plot abreißt. Natürlich wäre es halt auch irgendwie naheliegend, dass wir vielleicht irgendwelche Verbindungen zum Kinofilm haben, denn meistens wird ja dann kurz nach dem Kinofilm im Manga auch nochmal der Kinofilm an sich behandelt, vielleicht irgendwelche Flashbacks und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich hier erstmal noch nicht kommen, davon gehe ich zumindest nicht aus, ja, außer diese Personen sind da nicht, Amuro und Tassusa, aber das ist, glaube ich, jetzt erstmal, ähm, fernab der Möglichkeiten. Ein weiteres Szenario wäre, ja, das werden wir uns zum Beispiel mal erinnern, was im Kapitel 1096 passiert ist. 1096, ähm, da haben wir nämlich, äh, den zweiten alten Mann, ja, der quasi mit uns gesprochen hat, ähm, beziehungsweise der zu allen Leuten gesprochen hat, natürlich nur im übertragenen Sinne, Moment mal, wer bist du? So, ja, also ein mysteriöses Erscheinungsbild, der ziemlich viele Ähnlichkeiten hat mit Renya Karasuma, da gibt's ja auch die Theorie, wer ist er? Ist er Anukata, weil er sehr, sehr alt hat, eine Beatmungsmaske, hat einen Fahrer, der so aussieht wie Billy, der damals ja quasi, ähm, Fusai Campbell quasi, äh, hin und her coachiert hat, da geht man auch von aus, oder er könnte quasi auch eine völlig andere Person sein, und diese Theorie der Personen, diese mögliche Identität, möchte ich in einem externen Video behandeln, als kurzer Wink sage ich jetzt einfach mal, es könnte auch der Vater von Koji Haneda sein, der quasi hier so ein bisschen auf Mary und auf, ich sage mal, Masumi aufpasst, warum, weshalb, wieso, erkläre ich dann im Video, das soll nur ein kurzer Wink gehen, und, ähm, das ist hier auch ein möglicher Plot, der hier weitergeführt werden kann, ja, denn, wir wissen, diese legendäre Szene, der Fahrer, wir nennen ihn jetzt einfach mal Bob, hat dann quasi, ähm, den Alarm ausgelöst, dadurch sind die alle aus dem Hotel rausgekommen, und Mary und Masumi wurden dann gesehen, und dieser alte Mann, egal ob es jetzt Anukata ist, oder der Vater von, ähm, ähm, der Vater von Koji Haneda, oder eine andere Person, guckt dann quasi zu den Beinen, und sagt, jo, es ist so, als würde ein Traum wahr werden, ja, das ist natürlich eine Anspielung auf Apoptoxin, irgendwie die schwarze Organisation, das heißt, diese Person muss halt auch irgendwie involviert sein, wenn es Anukata ist, klar, logisch, weil er ist ja im Endeffekt der Auslöser für das Apoptoxin 4869, beziehungsweise das Silver Bullet, die Traumdroge, und wenn es halt Kojis Vater ist, weiß er halt natürlich auch, weil, äh, Moment mal, Koji ist gestorben, Apoptoxin Opferliste, und so weiter, und so fort, der es ja quasi auch sehr, sehr wohlhabend hat, also dementsprechend halt auch die Ressourcen, um das Ganze verfolgen zu können. Das wäre halt der zweite mögliche Plot, der hier entstehen könnten, dass wir quasi mehr über diesen Altmann erfahren, warum, weshalb, wieso, also diese Motive in Bezug halt auf Masumi oder Mary, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch was möglich wäre, das ist meiner Meinung nach auch so der dritte und letzte Punkt, den ich hier ein bisschen ansprechen würde, ist quasi auch, ähm, die Tatsache, dass wir einfach, ähm, nochmal was sehen mit Masumi, okay, weil Masumi ist ja auch im Fall involviert, das ist ja, meint sich ja, mit Sonocorn dran, und dementsprechend könnten wir ja auch wieder Versuche sehen, wie auch im Kapitel 1094, wo ja Masumi im Auftrag ihrer Mutter Mary ja irgendwie, ähm, Conan unter Heibera bezichtigte, einen Gegengift zu haben, und sie das schon mal geklaut hat, aber von Conan ausgetrickst wurde, und dementsprechend, ähm, nochmal den Versuch hier geben, dass man irgendwie, die Heibera irgendwie entlocken will, Informationen so, was du, wie hast du es gemacht mit dem Apoptoxin, mit dem Gegengift des Apoptoxins und so weiter und so fort, weil Mary möchte ja auch irgendwie wieder groß werden, dass es wie gesagt hier wieder Anstalten gibt, hier etwas zu klauen, oder Informationen über Heibera, Conan oder das Apoptoxin oder das Gegengift, in Erfahrung zu bringen. Das sind also meiner Meinung nach mögliche drei Story-Entwicklungen, Vorführungen von dem Plot, den wir haben, der meiner Meinung nach auch am aktuellsten ist, und auch am realistischsten. Ja, warum, weshalb, wieso oder ob was anderes passieren könnte, ist natürlich immer möglich, ja, das ist nur meine Einschätzung. Ich bin auch mal sehr, sehr gespannt, was ihr so in den Kommentarbereich, ähm, darüber schreibt, was eure Gedanken sind, was glaubt ihr passiert, und, ähm, ja, das würde mich wahnsinnig interessieren, vielleicht können wir da ein bisschen drüber diskutieren. Ihr habt auf jeden Fall meine Sichtweise dazu gesehen, was ich auf jeden Fall hier auch nochmal betonen will, ist ja auch, dass Gosho vor kurzem, gerade im SoTavinci-Interview angekündigt hat, dass es bald einen großen Osaka-Fall geben wird, ähm, da, glaube ich, gibt's auch einen richtigen Banger, ja, einen Banger-Fall, wo vielleicht auch mal der Big Plan der Organisation so ein bisschen, vielleicht zum Greifen kommt, wo dann auch das Monster aka Asutomo, Akai, also der Vater von Chuchi Akai, wieder, ähm, mit, von der Rolle sein wird, weil Gosho hat ja auch gesagt, dass er gerne mehr zu ihm zeichnen möchte, und dass, äh, eine mysteriöse Person, die lange quasi, ich sag mal, zwar schollen geht, oder einfach unter dem Radar war, auftauchen wird, was natürlich auch noch eine klare Anspielung auf SoTomo Akai ist. Also wir haben wieder sehr, sehr viel Plot, viele Fragen, viele offene Geheimnisse, und man muss einfach sagen, Detektiv Conan nimmt, was das angeht, einfach nicht ab, ja. Also um die Ecke, 10.000 verschiedene Szenarien, und ich bin einfach mal sehr, sehr gespannt, was wir kriegen, wie wir es erfahren, und natürlich auch, was das für eine Tragweite haben wird, ja. Möglich wäre dann natürlich auch, wahrscheinlich jetzt nicht, wie gesagt, im Kino Film 27 wurden ja auch einige Sachen angesprochen, unter anderem, Spoiler, 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 dass Shinichi und, äh, Kaito Kid, alias Kaito Kuruba Cousins sind, ähm, das könnte wahrscheinlich auch nochmal irgendwann mal aufgegriffen werden, ich denke mal auch in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Fällen, vielleicht jetzt nicht jetzt, und natürlich dann auch noch die Sache mit, ähm, zu Tomo, äh, nicht mit zu Tomo, sondern mit Toichi Kuruba, ja, der Vater von Kaito Kid, alias Kaito Kuruba, der ja quasi noch lebt. Okay, das war's von dem, ich hoffe, dieses Video, beziehungsweise Podcast hat euch gefallen, schreibt mir gerne eure Gedanken dazu, in die Kommentare, ich würde mich wahnsinnig überfreuen, danke fürs Zuschauen, zuhören, falls ihr nicht mehr, ähm, oder nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ich würde mich wahnsinnig, glaube ich, überfreuen, ist kostenlos, und ihr seid immer up-to-date, ich grüße euer Herz, euch noch einen schönen Vatertag. Untertitelung des ZDF,